Hi Freunde, in diesem Video zeige ich euch die kostenlose Chrom-Erweiterung Harper AI. Das Tool könnt ihr komplett kostenlos und sogar ohne Anmeldung bei OpenAI nutzen und auf ein paar Funktionen möchte ich in dem Video eingehen. Für die Vorstellung habe ich das Ganze nochmal deinstalliert. Um das Tool nutzen zu können, musst du es einfach im Google Web Store zu deinen Chrom-Erweiterungen hinzufügen. Wenn du das Tool installiert hast, öffnet sich rechts direkt der Monitor. Darin musst du deine Prompts eingeben. Du kannst es mit dem Shortcode ALT plus A öffnen oder du legst es dir wie ich oben einfach rechts in den Schnellzugriff und da kannst du einfach draufklicken und den Monitor genauso öffnen. So, dieses Tool hat super viele Funktionen. Hier, wenn du ein Slash eingibst oder rechts auf das Slash klickst, siehst du eine Auflistung all dieser Funktionen. Die Toolsprache an sich ist leider auf Englisch, die kannst du auch derzeit noch nicht auf Deutsch umstellen, aber du kannst einstellen, dass der Output immer auf Deutsch sein soll. Du kannst dich ja dann selber einfach mal durchlesen. Es gibt viel zu entdecken. Ich zeige dir gleich ein paar Beispiele, wie du es am besten anwenden kannst. In den Einstellungen kannst du erstmal in den Dark Mode schalten. Dann könntest du den Shortcode ändern, um den Monitor aufzurufen. Dann kannst du die bevorzugte Chatsprache einstellen. In meinem Fall ist das Deutsch. Und ich kann direkt sagen, ich bin auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die dann auch auf Deutsch generiert werden. So, kommen wir zum ersten Beispiel. Hier möchte ich mir ein YouTube-Video von Strong F zusammenfassen lassen. Und wir schauen einfach mal, ob das Ganze funktioniert. Dafür suchen wir den Punkt YouTube Video Summary raus. So, und er sagt uns direkt, das ist ein Produktivitätstool. Spare Zeit beim YouTube Videos gucken. Brich das Video in verschiedene Parts runter und hol dir eine Zusammenfassung. So, in dem Fall möchte ich eine längere Zusammenfassung. Deshalb klicke ich hier auf Longer. Ja, und hier fängt er schon an zu arbeiten. Er sucht dir die verschiedenen Zeitstempel raus und gibt dir direkt eine kleine Zusammenfassung, was meiner Meinung nach super, super stark ist. Gerade bei langen Videos, die kein Inhaltsverzeichnis angegeben haben, kannst du da super mit arbeiten. So, jetzt versuchen wir dem Bot Fragen zu stellen zu dem Video und gucken, ob wir da eine Antwort bekommen. Hier gucken wir einfach mal, ob wir alle Zitate der Superreichen aus diesem Video bekommen. Genau, und hier sehen wir schon, dass wir die Frage einfach falsch formuliert haben. Weil das einzige Zitat ist hier auf dem Thumbnail, ich scheiß aufs Klima. Und wir wollen im Endeffekt die Aussagen haben. Deshalb müssen wir das auch genauso formulieren. Nenne mir alle Aussagen der Befragten zum Thema Klima. Und dann füge ich mit aufgelistet noch das Format hinzu, in dem ich die Antwort bekommen möchte. Und du siehst, es funktioniert echt sehr, sehr gut. Ich habe das Ganze kontrolliert und die Zeitstempel passen definitiv. Du kannst es ja einfach mal selber testen. So, als nächstes haben wir hier einen Artikel von der Tagesschau über Künstliche Intelligenz. Hier möchte ich mir einfach eine kurze Zusammenfassung geben lassen. Genau, und wenn du hier Summary auswählst, kannst du dann als nächstes zwischen den Punkten entscheiden, was du haben willst. Du kannst es auch als Tweet verfassen lassen. Dann erstellt er dir direkt einen fertigen Tweet für Twitter und so weiter. Genau, und schon bekommen wir hier die Hauptpunkte als Liste aufgelistet. Du kannst das Ergebnis dann auch nochmal anpassen lassen, indem du es zum Beispiel erweiterst, kürzt, vereinfachst oder klarifizierst. Wir lassen ihn jetzt einfach mal vereinfachen. Genau, und dann wird es hier nochmal in ganz simpler Sprache formuliert. So, das ist natürlich jetzt kein langer Artikel, den kannst du auch gerade so durchlesen. Interessanter wird es natürlich bei langen Texten oder großen Dateien. Deshalb habe ich hier als nächstes eine PDF-Datei rausgesucht mit sehr viel Inhalt. Das Tool sagt ja oben rechts, dass es auch PDFs lesen kann. Deshalb schauen wir uns das Ganze mal an. Genau, und in dem Fall wollen wir auch wieder die Zusammenfassung. Das heißt, wir schreiben Slash Summary oder in dem Fall Sum. Das reicht schon aus, um das rauszufiltern. Klicken dann auf Summary. Genau, und lassen uns hier dann einfach mal einen Report schreiben. Dann holt er uns die Schlüsselerkenntnis raus. Genau, und auch hier, finde ich, lässt sich das Ergebnis sehen. Du hast 22 Seiten zusammengefasst in ein paar Stichpunkte. So, und wenn du jetzt spezielle Fragen zu der PDF-Datei hast, kannst du diese auch einfach stellen. So, als nächstes Beispiel habe ich einfach mal Künstliche Intelligenz bei Google eingegeben und das News-Tab ausgewählt. So, und hier siehst du schon, wenn du das Chatfenster öffnest, gibt er dir direkt eine Definition für dein gesuchtes Keyword. So eine Antwort der Künstlichen Intelligenz soll ja in Zukunft auch bei Google normal integriert werden. So, und in dem Test möchte ich jetzt einfach mal alle Überschriften auf dieser Seite extrahieren. Genau, dann arbeitet er sich von oben links nach unten durch. Und wir haben alle Überschriften aufgelistet. Jetzt kannst du dem Tool noch sagen, dass er dir aus den gerade generierten Informationen zum Beispiel noch eine Tabelle erstellen soll. So, du könntest dann jetzt noch das Ganze zum Beispiel klassifizieren, indem du hier hingehst und sagst, unterteile diese Überschriften in Unterkategorien. Genau, dann fängt er hier an. Künstliche Intelligenz in der Bildung. Künstliche Intelligenz und Kriminalität. Künstliche Intelligenz und Technologie. Und so weiter. Auch das funktioniert sehr gut. Auf dem Discord habe ich jetzt die neue Kategorie hinzugefügt. Da werden einfach alle kostenlosen KI-Tools aufgelistet. Wenn du der neuen Community beitreten willst, bist du herzlich eingeladen. Ich verlinke dir das Tool aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.